T-90 ist ein russischer Kampfpanzer der dritten Generation und wurde als Modernisierung des T-72 entwickelt. Er verfügt über eine 125 mm 2A46 Glattrohrkanone, das 1A45 T-Feuerleitsystem, einen aktualisierten Motor und ein thermisches Sichtgerät für den Schützen. Standardschutzmaßnahmen umfassen eine Mischung aus Stahl- und Verbundpanzerung, Rauchgranatenwerfer, Kontakt, 5-Explosive-Reaktivpanzerung, ERA und das Stora-Infrarotpanzerabwehrlenkwaffenstörsystem, ATGM.